Was ist denn in dich gefahren? Heinrich, rede doch mit mir! Ich brauch das Gold! Verstehst du das nicht? Aber die zehn Münzen sind doch auch okay. Wofür brauchst du so viel Gold? Das verstehst du nicht. Ich brauch es halt. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich werde wohl einen alten Bekannten aufsuchen müssen. Was wird das, Kött? Heinrich! Oh, wie freu ich mich nicht zu sinken! Ja, ich mich auch. Äh, können wir bitte draußen reden? Dieses Pferd ist ziemlich groß. Hoppla! Oh Gott, du nichtsnütziger! Verdammt! 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 Es tut mir sehr leid, Heinrich. Es war keine... Ach, es tut dir leid! Na dann ist ja alles bestens! Was kannst du eigentlich? Du bist ja nichts zu gebrauchen! Heinrich, warte doch! Mit der fendierstuhl' Ewes! TROP! Die Musik 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 Ihr wollt noch mehr von uns sehen? Nö, 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 nö Spaß! Uns gibt's jetzt auch bei Instagram! Einfach Hashtag Seelenspiel und abonniert uns! Musik 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 Musik